hallo und willkommen zurück zu green hell mit der pseudonym hallo 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 wir gehen jetzt zu unserem da wo wir hin wollen und zwar ist das hier so ungefähr da ist leider da geht unsere karte nicht hin ich hoffe wir finden am weg noch eine vielleicht müssen wir mal schauen so wir müssen jedenfalls richtung südosten ich folge dir einfach unauffällig okay glaube nicht dass du das tust glaube er du folgst mir auffällig das ist auch möglich immer ein stück mit weiß nicht ob ich was habe aber auch ein stück kohle ja ja klar okay so auf geht es regnet es regnet die erde wird nass und wenn es genug geregnet hat dann hört es auch wieder auf genau so ist das ich habe vergessen hier gibt es ja schlangen ja vielleicht ein bisschen vorsichtiger sein der wahlwunsch nur noch wenn du möchtest hier so im gebüsch liegt ja und es geht weiter wie es aufgehört hat wieso was denn du bist weg nein ich bin hier ich stehe direkt die sitzung verlassen steht hier ich stehe direkt vor dir noch ist doch nicht wahr sollte man hat die sitzung verlassen ja gut dann 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 sind wir gleich wieder da ja so die phoenixa ist wieder da und ich auch und jetzt sind wir wieder da ja genau ich will noch mal wasser hier rein bei mir lalala da bin derzeit wo die phoenixa unterwegs sein hier wasser gesammelt so oder will sie kokosnussschalen einfach so zurücklassen wir haben jetzt genug wasser ich folge dir das wir müssen übrigens zu 37 21 also ein bisschen südlich und dann straight westlich immer hier in der steinwand lang können wir gar nicht straight westlich gehen lassen ist aber ein wand ja hier ist eine wand vielleicht laufen wir wieder in irgendeine sackgasse wahrscheinlich oder in einen leopold oder eine schlange haben wir in fungieren verband ne natürlich nicht ich habe ein paar verbände ne asche und tabak habe ich hier geht's warten sie auf mich also ziemlich das ist ein vogel warte hast du denn noch platz dafür gesammelt ja dann ich stand gerade ich habe nur grün gesehen nur einmal kurz umgedreht ich habe noch grün gesehen hier sieht man nichts auf dem boden aufzug nur ein blödes schwein ich hasse schweine ja irgendwie müssen wir hier hinter ja 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 immer mal erst mal weiter mit diese blöde steinwand du noch bei mir okay ich habe angst lecker 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 oh pilze doch eine menschen gott sei dank ja würden wir nur ohne diese pilze machen weiß nicht nicht dick werden kann gar nicht dick werden so wie wir hier rum irren das stimmt natürlich hier sieht man mehr wir sehen wir gehen einfach mal gerade in die falsche richtung das beruhigend vielleicht können wir ja hier drumherum irgendwie keine schlangen so hier jetzt gehen wir wieder in die richtige richtung na das ist ja gut was mal ingo ich schleich mal ja wenn du den nicht hörst siehst du den wahrscheinlich auch wieder nicht gleich mal weil bei mir ist der hier irgendwo der hört sich an als würde er neben mir sitzen vielleicht summt der mein charakter wo ist der ich höre gar nichts waren wir hier nicht vor da hinten sitzt er bei mir sieht also du hörst nicht man sitzt ja bei dir da auch nicht doch der sitzt da okay das ist ja schon mal was hier sollen wir den kehlern aber vielleicht ist er nicht alleine sehr wahrscheinlich ist er nicht allein zum hauck ich eigentlich ja oder ja du hockst dann lass uns einfach weitergehen okay dann hören wir uns dem sein gesang aus der ferne an ich höre ihn nicht so gut aber du siehst ja wenigstens das auch schon mal was ja finde ich auch hast du dann in die harsch nie nie sinkt er ich denke mal mit dann ist aber okay ja sie mit das gut ladila die china mina oder so so ähnlich maler ingo malt ein wunderschönes bild ja die ne der sinkt ein anderes liter sind wir weit genug weg ja ne weiß nicht vielleicht ist er hinterher gelaufen kommt wir gehen mal noch mal weiter es wird schon reichen so warte 21 war es ne ja dann müsse jetzt hier können wir sogar richtung osten strait ist das nicht schön hier ist eine nuss runtergefallen ich habe auch gerade schon wieder ein bisschen hunger ja ich habe auch mal schnell was gesnackt ich habe das gefühl wir sind richtig ich weiß nicht warum kommt das dreckschwein einfach von hinten angelatscht was ja muss deinen stock nehmen vor lauter frust blöde steinklinge dabei weißt du willst den sammeln ich will den nicht nö ich will den an ich das doof geht es dir gut hast du ich bin verletzt ja wie untersuche ich mich gleich noch mal wie war das gleich warte ich gucke mal ob ich dich kann dich leider nicht arzten wo hat er mich denn aus wenn wir noch mal verband drum schnell ja habe ich mich vielleicht erschreckt gerade ja ich mich erst ich habe noch haben gehört kann man kann man auch schon angeschissen der sack herrlich doch was das hier sind noch welche runtergefallen kannst du auch noch welche ja die machen glücklich nachdem man von ingo ist von hinten hier kann man nicht einfach richtung osten gehen das zu und kommen die schmetterlinge wir können wir können ja links hoch versuchen ich schmetterlinge voll schöne ja guck mal nicken mein gott er kann mich doch nicht so erschrecken deshalb rumtier was oder ist das bei mir zu hause jetzt höre ich nichts mehr okay egal und dann guck mal da ist eine schlange willst du die mitnehmen okay dann ignorieren wir die schlange ich nehme den vogel mit oder auch nicht hier ist noch eine nuss kokosnuss diesmal eine hälfte für dich eine hälfte für mich der mich erschreckt sind wir von hier gekommen ich habe keine ahnung und weil ich glaube wir sind schon weiter links gekommen so zu sagen na lass mich ja durch was das hier war eine schlange oh guck mal da ist es schon wieder werfen die wir uns dran getastet los geht kaputt so dann aber glaube ich keinen verband mehr tragen kannst du hast du noch ein bisschen platz obwohl doch das müsste gehen geht also oder willst du nirg mach ruhig ich stammen mit dabei noch ein paar stöckchen ein wenn es nicht geht dann musst du den aufsachen geht alles gut haben es doch fungieren nee das tabak okay und sie ist auch fertig guck mal wir können einfach drüber laufen haben wir eigentlich gesagt wo wir hin wollen wir werden sie ja sehen ja sehe ich also es wird langsam dunkel das ist also auch bemerken oh gott hier ist wirklich ein bisschen dunkel und wir konnten schlagen sein hallo für jemand eine schlage oder so hallo das dunkel ja es ist wirklich sehr dunkel gerade so es ist sehr sehr dunkel ja und wir können gerade nicht bauen weil wir haben nicht die sachen dafür hier hier einfach mal weiter es ist bestimmt okay ich glaube wir müssen in die richtung manchmal über die brücke und dann eigentlich einfach richtung süden ja komm komm das schaffen wir das schlange ist nein da ist eine maus sie nicht krabbeln noch eine maus das ist so dunkel hallo noch eine maus die macht keine geräusche jetzt oh gott macht doch solche geräusche nicht ich muss zwischendurch atmen tut mir leid aber da nicht so lange nicht geatmet habt dann muss das sein lalala 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 wenigstens einer wo bist du hin ach da hier bei dir und stock pilze hallo es ist wirklich dunkel und durch es ist dunkel siehst du mich noch erst mal eine rohe schnecke hat er gesagt hier ist noch so eine fungi und hier fangen fangen ding bums will ich die oder soll ich die auch nehmen nehmen ruhig ich habe angst ach das ist ein schwein okay beschütz mich vor was denn ich sehe ja nichts vor allem was du nicht sehen kannst okay ingos schleichen sich eh von hinten an weil das dreck schweine sind ja ich hätte nicht gedacht dass der uns hinterher schleicht ich habe ja auch gedacht er wäre schon längst wieder weg weiter richtung süden 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 süd süden 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 bananen gott sei dank habe einen hunger das haben wir schon oder sind noch mehr banan essen mir geht es super banane ja gut wir haben ja auch man will sie ja nicht schlecht werden lassen möchte eine unbekannte frucht noch essen oder so dass wir die nicht teilen können ich habe es gefühlt wir müssen fast da sein tatsächlich ich glaube wir können hier dem wasser eigentlich folgen so gehen wir mal einfach durch hier ist eine nuss gefallen ja ich sehe es schon da hinten hier ist noch eine los nehme ich nicht dass du vom fleisch sind nee das will man ja nicht ach so hier dein name sprang gerade hier so durch den dschungel der hoch besser nicht so lalalalalalala wir sind da cool das nicht gut krokodil 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 ich dachte hier gibt es keine krokodile hier gibt es ja krokodile wo ist es ich weiß nicht ich hab's nicht mal gesehen ich hab's nur gehört willst du es angeln oder was ja ich kann es ja suchen oh Gott erschreckt mich nicht so kommt das hier hoch wenn wir hier stehen ich weiß nicht wo ist es denn wo ist es da bewegt sich was aber ich weiß nicht genau ob das ein krokodil ist oder was anderes wurde ich möchte mich jetzt nicht mehr bewegen okay warte durchatmen wie wär's wenn wir hier mal eben unterstamm bauen und speichern ja direkt neben dem krokodil gute idee ja das da aber ja wo ist es denn eine ahnung auf der anderen seite ach so das kommt nicht hier rüber dann ist ja gut nö nö und hier auf der seite gibt es keine ok wo sind wir mal holz vielleicht irgendwo kann man nicht aus bambus einmachen ja warte mal wir können mal gucken was wir so haben ich traue mich nicht in meinen karte zu gucken weil ich was das krokodil dann kommt dann pass auf mich auch die keine einträge ach so auch gott sei dank mittlerer bambus unterstand das worgen gott ist aber groß passt ja und irgendwo hin doch hier wenn wir den bambus hier abbauen kannst du den mal eben klein wechseln ja warte ich muss nur kurz meine achts finden weil sie glauben muss der ihr helfen warte mal so und das hier muss klar weg ich bin ja ganz schön müde ja ja problem ist wir können da nicht zusammen drin schlafen los die kaputt soll ich kann nicht mehr reicht das sagen wir mal eben die stangen hier ein die großen erstmal hallo toll was denn das war es was wir legen wir ja hin wenn ein krokodil kommt stolpert das wenigstens ja das wird es wo hast du es jetzt hingelegt da vorne zwischen die bäume hier laufe ganz schnell dahin ach so ich kann nicht so schnell laufen tatsächlich das ist gut wenn jetzt ein krokodil kommt so hatte das hier noch weg glaube ich wussten was ins wasser gefallen gerade weiß nicht ist das auch noch weg gut einmal weg ich habe müssen auch gleich soweit sein ja aber wir müssen speichern das stimmt ich bin sehr langsam bis jetzt höre ich nichts fauchen kannst du mal da weg gehen ja ich mache ich ganz schnell so was brauchen wir denn lange bambus stücke lalala wir haben hier ganz viele schon ach so ich kann nicht mehr tragen das sind kleine wenn wir noch mal hier wollen na ob wir das fertig bauen weiß ich aber nicht irgendwie ich habe ein bisschen angst gerade ich habe noch ein nein machst du den dahin was brauchen wir denn da wir wollen nur noch einen gerade ach so na toll ich komme ja sie ist ja seile hat nicht so viele glaube ich ding 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 hier fehlen noch welche einen fehlt eins fehlt noch du hast das nicht ne leider nicht ja wo ist hier ein seil weiß nicht i don't see any seils geben müssen wir wohl leider ein stück hier rüber gucken wir waren da bestimmt auch gleich hier so ein zeug oder das habe ich schon mal geschafft ich bringe das schon mal hier rüber wo sind denn hier seine gibt sie keine oder was ich weiß nicht sehe nix ich sehe nix es ist dunkel ja das auch kommen wir muss da irgendwo baum mit einem seil dran sein ich habe große angst aber ich gehe jetzt in diese richtung in der hoffnung ein seil baum zu finden ein seil baum seil baum das gibt es ja gar nicht hier müssen irgendwo seile sein ich habe eine falle gefunden hier ist eine falle und ich habe eine made oder eine made vor allem und so ein viech ding in zahlt so weiter geht hier ist ein seiler bringst du welche mit ich bleib einfach hier stehen ja gute idee so das war dann haben wir gerade noch bewegte sich da was wo bin ich nein nein da ist bestimmt gar nichts das ist ja ja ich weiß ich bin müde wir arbeiten ja dran man lange bambus stöcke ernsthaft das ist ein kurzer hier genug sind so aufpassen dass in die aus versehen so einen blöden frosch in die handen hast du noch zwei nein das ist schon wieder verpackt jetzt fehlen bei mir noch drei und bei dir auch noch drei so ich habe hier noch welche zwei fehlen jetzt noch hallo da eins wo ist noch eine da hast du zwei ja naja okay bei mir fehlen auch zwei was jetzt heilen blätter ja gut haben wir hier aber nicht genug bestimmt ding 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 was war das ach du warst das ich habe doch hier ganz viele hingeschmissen ja es reicht doch lieber als für das große ding da ding 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 hör auf so zu schnaufen wer der typ es ist sehr dunkel so weit an den ans wasser hier dran zu gehen 59 ja wir haben da bambus scheiße da unten ist noch was aber ich trau mich nicht nach hier ist noch was man das ist mehr ich nehme das ernsthaft 59 was ist das für eine verarsch ich bin völlig im eimer und ich habe irgendwas muss mich kurz untersuchen du könntest sich eine stunde am boden legen aber ganz viele hegel und du schnaufst auch ganz schön dabei du hast welche am arsch naja ich bin richtig am arsch es ist so flucht dunkel ich sehe nichts da ist ja super finde ich auch hier die haben sich irgendwie gerade vermehrt ich weiß nicht warum aber ich finde es gut ich sehe gar nichts nicht so schlimm man ein bisschen heller ich habe angst warte ich komme mit wo bist du denn hier bei dir wo hast du gerade drauf gehauen da unten ist was warte ganz langsam ja ich falle gleich eine ohnmacht wenn wir was fauchen hören sofort wegrennen da unten ist auch nicht ja ja boah ist das übel dein charakter weint auch schon glaube ich ja wir haben es schon fast ich sehe nichts nur noch neun blätter noch vier ich habe zwei ja toll jetzt wird es aber da hell siehst du schön egal wir müssen trotzdem schlafen und so vor allem die speichern müssen wir hier unten können wir welche holen pass auf wir können auch immer noch schlagen sein ja ja zumal wie wir zusammen hier stark sind und so ja ja total ach so ich habe nur zwei ja das okay ich habe da auch noch welche so ich speichere erstmal dann schlaf mal speichern ist gut ja speichern gott sei dank so dann schlaf mal warte ich speicher schnell mhm boah bin ich müde ey das fühlt sich so gut an zu speichern ja aber wirklich ey ja es war meine schnecke du kannst ja schon mal das krokodil suchen nö nö du das mache ich lieber mit dir zusammen so ich schlaf jetzt nicht komplett aus ja doch mach ruhig es ist doch morgens ja stimmt oder geht das nicht komplett hoch doch doch ne ja heute ist ja ein ein stress hier hä ich schwebe fertig ja guck mal kurz was mir geht pass auf mich auf bitte ich hab Durst hast du kein bidon oder so und doch trink mal da ich hör dich schlürfen so und dann gehen wir einfach mal in die andere richtung um den fluss herum und hoffen dass da kein krokodil ist oder ja gute idee wir haben geschweichert wir bekämpfen das krokodil behalte ins kommt okay ja ich will mal mein bidon wieder auf und wo ja mach das so ich bin auch jetzt voll gleich guten morgen hä wieso wird man das nicht voller ich hab's nochmal umgedreht 1045 wie geht es mir denn so eigentlich ganz gut hä ich bin so doof man dieses krokodil mich gerade erschreckt ach ich bin so groß ich glaub die folge ist jetzt zu ende boah mich hat es mich hat es auch erschreckt also wir sind schon mal in unserem ziel angekommen wir wollten eigentlich da auf dieser insel bauen ich speichere nochmal aber ob wir das jetzt wirklich machen mit den krokodilen hier gucken wir mal ja vielleicht sind da drüben ja keine ja das stimmt das stimmt also wir sind gewillt hier zu bleiben und wenn wir die krokodile bekämpfen können dann werden wir wohl auch hier bleiben oder ich habe ja nicht damit gerechnet dass hier krokodile sind ne ich auch nicht ich hab jetzt halt nur hier mit einem mit einem spiel was ohne gegner ist hm aber bekommen wir schon als hin ja 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 okay tschüss tschüss tschüss